Kunst der Arbeit Effektives Arbeiten im Homeoffice oder wie bleibt man konzentriert? Wussten Sie schon, dass man sich am Bildschirm arbeitend zwischen 40 bis 60 Mal am Tage unterbricht, um E-Mails zu prüfen oder etwas im Internet nachzuschlagen? Und nach jeder Unterbrechung benötigt man 3 bis 5 Minuten, um wieder in die Aufgabe zurückzufinden? So schmilzt ein Großteil der effektiven Arbeitszeit sang- und klanglos dahin. Solch zeitraubenden Gewohnheiten sollte man bewusst und aktiv entgegenwirken. Diese Strategien bieten sich dazu an. Tragen Sie sich für die nächsten zwei Monate in Ihrem Kalender zu jedem Arbeitsbeginn ein, einen Tagesplan zu erstellen. Erstellen Sie jeden Morgen einen Tagesplan und setzen Sie dabei genaue Zeiten und nicht die Abarbeitung von Arbeitspaketen fest. Beachten Sie dabei die zirkadiane Rhythmik. Die allermeisten Menschen können sich vormittags am besten konzentrieren. Diese mentale Hochzeit sollte nicht mit E-Mails oder Routine-Meetings vergeudet werden. Stellen Sie grundsätzlich alle visuellen und akustischen Signale in Ihrem E-Mail-Programm aus und schließen Sie in Phasen des konzentrierten Arbeitens alle E-Mail-Programme, Browser und andere Anwendungen oder besser noch, gehen Sie offline. Wenn möglich, vereinbaren Sie mit Ihrer beruflichen Umwelt störungsfreie Arbeitszeiten. Legen Sie in diesen Zeiten Ihr Handy außer Reich und Sichtweite. Denn aktuelle Studien zeigen, dass allein das Handy in der Nähe unsere Leistung beeinträchtigt. Denken Sie daran, jede Stunde ein Glas Wasser zu trinken, denn dies erhöht die Leistungsfähigkeit. Sehen Sie dazu den gleichnamigen Empaclip. Halten Sie Ihre festgelegten Pausenzeiten ein und verlassen Sie dazu Ihren Arbeitsplatz. Gönnen Sie sich Bewegung und Ihre Augenmuskulatur zum Ausgleich der ständigen Monitorfokussierungen einen Blick in die Ferne. Machen Sie pünktlich wie festgelegt Feierabend und enden Sie mit Stichpunkten und Hinweisen für den nächsten Arbeitstag, um beruhigt abschalten zu können. Sehen Sie auch den Empaclip. Vom Wollen zum Tun, wie man innere Schweinehunde überwindet. Viele weitere Themen, Tricks und Instrumente sind in dem multimedialen Buch Die Kunst der Arbeit beschrieben. Jetzt im Buchhandel erhältlich. Deine Schritte Vielen Dank.